Ohne Brocken. Wanne. Holzeisband! Holzeisband! Das ist nicht einfach. Doch. Wackeldackel. Freiheit. Freiheit. Erster Buchstabe. Erster Buchstabe. Hallo ihr Lieben und Schöner. Ich bin Gina wieder einzuschalten zu diesem Video. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir hoffen, das geht euch allen gut. Und ihr hattet schon einen ganz, ganz schönen Morgen, Mittagabend, wenn auch immer ihr das Video seht. Und wir haben uns überlegt, wir drehen heute mal wieder ein witziges Video. Ja, wir haben uns ein Format für euch überlegt und zwar Wörterraten. Und das funktioniert ganz einfach. Man setzt Kopfhörer auf, dann spielt man hier laute Musik ab und der andere muss ein Wort vorsagen und ich muss es erraten. Genau. Also es könnte sehr, sehr lustig werden. Und wir haben uns gedacht, der Gewinner bekommt am Schluss einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro. Also Lisa, du darfst dir kaufen, was du willst. Aber für was? Du darfst dir kaufen. Es gibt einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro für ein Bioland zu gewinnen. Oder für die Eis, also ich hätte gerne einen Eisdiel im Gutschein. Ja, aber für 20 Euro? Ja, ich, ja. Kannst du viele Eiskugeln essen? Ja, werde ich auch. Okay, gut. Also das ist auf jeden Fall, das sind die Gewinne. Ihr könnt ja schon mal jetzt einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr findet, dass es eine gute Idee ist und wenn ihr optimistisch seid, dass es ein witziges Video wird. Und wenn ihr denkt, dass ich gewinne. Ich habe ja Wörter rausgesucht, du kannst ja fast gar nicht gewinnen, weil die sind so witzig. Ich habe aber auch gute rausgesucht. Okay, bin ja mal gespannt. Wer fängt an? Achso. Viel Spaß. Viel Spaß mit diesem Video. Ich würde sagen, wir knobeln und entscheiden, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. What the fuck? So. 1, 3. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ah, Mark. Gewonnen as always. Was willst du? Willst du zuerst Musik hören oder willst du zuerst ein Wort sagen? Nee, du musst hören und ich sage ein Wort. Okay, du musst Musik reinmachen. Hier. Achso, Musik. Du darfst Musik ausmachen. Aber du musst deinen Finger. Jetzt halt. Deshalb in der Playlist Britney Spears. Hä, wieso? Ja, ich wollte dir eigentlich Britney Spears ins Ohr ballern. Nein. Laut muss es sein, damit ich ja nichts höre. Aber die Kopfhörer sind eh schon sehr, sehr gut. Ja. Also ich höre fast nichts. Wir gehen einfach auf unsere Playlist. Zweite Reisen Playlist, würde ich sagen. Wir haben übrigens eine Playlist für alle, die es noch mitbekommen haben. Werbung. Verlinken wir euch unten in der Infobeschreibung. Da packen wir immer regelmäßig Fotos, genau. Lieder rein, die wir ja aktuell hören. Okay, let's go. Okay, let's go. Sag mal was. Hallo Maximilian. Was? Okay, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Okay, los geht's. Was? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Okay. Doppelhaushälfte. Wie bitte? Doppelhaushälfte. Stopphaus bauen. Du hörst mich doch, oder? Heißt du was? Verstehst du was? Verstehst du mich? Nee. Okay. Doppelhaushälfte. So easy. Okay, let's go. Stopp. Stopp. Doppel. Doppel. Stoppel. Doppel. Schoppel. Schoppel. Doppel. Schoppel. Nein. Doppel. Stoppel. Ich weiß es nicht. Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte. Doch. Doppel. Schocken. Ich hör gar nichts. Das muss leichter sein als Wort. Schocken. Soll ich sagen? Doppelhaushälfte. 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 Du hast aber so Schoppen. Immer so Schoppen. Safe. Nein. Du musst es nicht so lange machen, bis du eins richtiger lässt. Da bin ich dran. Okay. Aber kann ich das Lied wechseln? Das ist echt aggressiv. Okay. Hörst du mich? Hä? Ob du mich hörst? What? Hörst du mich? Okay. Okay, jetzt. Okay. Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. Du hast es gehört. Jetzt hab ich's. Boah, das ist richtig. Selbsthilfegruppe. Du hast es gehört. Nee, ich hab's gelesen. Ich schwör. Okay. Ich hab's nutzige Wörter. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt wegen der Musik, Leute. Nein. Toxic. Von Britney Spears. Okay. Hüftgold. Hundekot. Hufen. Hüftgold. Hüft. Hu. Gold. Hüftgold. Hüftgold. Mit uns. Hüft. Hüft. Huf. Hüftgold. Hüft. Hüftgold. Hüft. Gold. Hüftgold. Ja. Hüftgold. 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 Also es steht 2 zu 1 für dich. Ja. Okay, zwei Wörter. Zwei Wörter. Riesengroßer. Hüftgold. Nochmal. Riesengroßer. Nochmal. Riesengroßer. Linsensuppe. Nein. Linsensuppe. Nein. Also, erstes Wort. Linsen. Moment. Aber das erste Wort besteht aus zwei Wörtern und das zweite Wort besteht aus zwei Wörtern. Oha, über drei. Also, erstes Wort. Riesengroßer. Linsensuppe. Oder riesiger. Äh, Wassereis. Wasserei. Okay. Nur ein Wort. Ein Wort, bitte. Gartenzwerg. Hä? Gartenzwerg. Eiscreme? Nein. Gartenzwerg. Schneller. Gartenzwerg. Das ist zu schwer, das verstehe ich, das verstehe ich. Gartenzwerg. Alter, Gartenzwerg. Okay, okay. Aber du hörst mich doch. Hä? Du hörst mich doch. Ne, ich hab nicht verstanden. Schwarzlicht. Schloßschwanz. Nein, Schloßschwanz. Schwarzlicht. 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 Schwaaanz. 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 Schwarz. Schwarz. Schwarzlicht. Schwarzlicht. Yes! Schwarzlicht ist gut. Das nächste Wort, Leute, ist sehr, sehr lustig und zwar Kaffeeklatsch. Geht schon los? Ja. Kaffee, Klatsch. Kaffee, Klatsch. Kaffee, Kaffee, Klatsch. Heimweh Hafe. Kaffee, Klatsch. Was? Kaffee, Klatsch. Kaffee, Klatsch. Kaffee, Klatsch. Das war das zweite Wort? Kaffee, Klatsch. Kaffee, Kaffee, Klatsch. Kaffee, Klatsch. Kaffee, Klatsch? Jaaaa! Ich find's so gut. Oh Mann, da steht's. Zwei zu... Wie viel steht es? Zwei zu vier, glaube ich, ja? Ich glaube... Weil ich habe zwei falsch auf jeden Fall. Ja. Zwei zu vier. Hä? Also du hast vier, ich habe zwei. Ja. Nächstes Wort. Okay, next one. Nächstes. Okay. Riesenrad. Ernte. Ernte. Riesen. Esel. Riesen. Esel. Riesen. Rad. Hase. Falsch. Hals. Auch falsch. Auch falsch. Riesen. Lisa. Nein. Riesenrad. Lesen. Was? Riesen. Riesen. Was? Riesen. Anhalten. Riesenrad. Lieselampe. Nein. Nein. Riesenrad. Sind es zwei Wörter? Riesen. Lesen. Er ist. Riesen. 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 Sissi. Riesen. Riesen. Riesenrad. Wissen. Wissen. Riesen. Riesen. Machen wir was mit deinen Händen. Machen wir was. Riesenrad. 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 Ach Riesenrad. Aber da war Richard gar nicht so schlecht. Und Russland auch nicht. Ja. Ging in die Richtung. Halber. Halber. Anneli. Weiter. Ähm. Du musst leichter werden. Leichter und einfacher erklärt. Okay. Millionär. 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 Habe ich doch gesagt. Millionär. Habe ich doch gesagt. Millionär. Millionär. Nummer eins. Nummer eins. Das ist echt schwierig. Oh mein Gott. Wie soll ich denn gewinnen? Jetzt mach es einfach. Okay. Zukunft. Schubbelkäufer. Fast. Zukunft. Schluss. Zu. Kunst. Sch. Ich brauche jetzt ein ganz einfaches Wort mit drei Wörtern. Mit drei Buchstaben. Es ist einfach. Hm? Es ist einfach. Zu. Scho. Sch. Schu. Schu. Sch. Schu. Schu. Nee. Du musst es besser machen. Geh mal weg hier. Sch. Luz. Sch. Sch. Schu. Sch. 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 Schule. Zukunft. SOS. Zukunft. Sieben. Zukunft. 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 Oh mein Gott, war das schlecht. Jetzt ich, jetzt ich. Und ich glaube ich verliere. Baum. Purzelbaum. Borstenbaum. Purzelbaum. Borstenbaum. Borstenbaum. Sie sagt dreimal das Gleiche. Purzelbaum. Wurzelbaum. Purzelbaum. Ich darf es nicht so laut sein, bin ich dumm. Purzelbaum. Purzelbaum. Baum. Baum. Baum ist richtig. Purzelbaum. Purzelbaum. Ja. Alles gehört da, weil ich wusste nicht auch so. Noch mal eins. Noch mal eins. Splitterfasernackt. Spätkauf. Splitterfasernackt. Später als nie. Splitterfasernackt. Spierphase. Spier. 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 Splitter. Spital. Splitterfasernackt. Ja. Splitterfasernackt. Spier. Sie ist voll gut. So, let's go. Die letzte Runde. Wer jetzt gewinnt hat den Gutschein gewonnen. Bitte? Okay. Jetzt hörst du Hallo! Los jetzt! Ich war in meiner Welt. Ready? Holzeisen bauen. Das ist nicht einfach. Holzkiste. Holzeisen. Holzeisen. Eisenbahn. Holzeisenbahn. Ich habe ein gutes Wort für dich und zwar Wacke Dacke. Freiheit. Freiheit. Wacke Dacke. Fatal. Wacke Dacke. Freitag. Wacke Dacke. Erstes Wort. Wackel. Feier. Geier. Leier. Feind. Wackel. Das ist so schwer Leute. Vogel frei. Vogel. Erster Buchstabe. Wackel Dacke. Erster Buchstabe. Ist das bescheuert? Wackel Dackel. Freizeit. Freitag. Feiertag. Wackel Dackel. Zweites Wort. Wackel Dackel. Wackel Dackel. Wackel Dackel. Wackel Dackel. Das stimmt hier ganz irgendwas bescheuert. Heiertag. Freitag. Warte. Warte. Ich will den Song. Der ist gut. Ich liebe unsere Playlist. Geheimnis. Erstes Wort. Das ist nur ein Wort. Das ist nur ein Wort. Schwein. Nein. Geheimnis. 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 Ge aus. Geheimnis. Ge auswärts. Geheimnis. 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 Wanne. Wanne-propen. Truppen. Da wäre ich jetzt gerne. Truppenwanne. Wanne-proppen. Okay, das Wort ist wirklich schwierig. Wanne-wanne-tropen. Wanne-propen. Truppen. Wanne-propen. 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 Es ist zu gut. Wanne-propen. Brennholzverleih. Milf. Eis. Brennholzverleih. Brennnesseltee. Brennholzverleih. WTF. Brennholzverleih. Hose in Tasche. Erstes Wort. Brenn. B. P. B. 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 Brenn. Blei. Brenn. Beins. Brenn. Brenn. Bleistift. B. 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 Ne. Ich weiß es nicht. Was war das Wort? B. H. 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 Anthe Binder, das heißt ich kriege von dir 21 Euro Einkaufsgutschein. Ich kann dir ein 20 geben. Nein, ich will einen Gutschein. Schön verpackt mit Schleife. Ich schenke dir einen Gutschein. Ich schenke dir einen Gutschein von einem Geschäft, wo du nie einkaufen gehen wirst. Super. Oh Gott, ja, also ich würde sagen, war sehr lustig. Ich meine, das ist sehr amüsant, aber es ist schwierig. Ihr könnt es ja gerne mal zu Hause ausprobieren. Probiert es mal aus mit eurer Oma vielleicht. Wir können es mit deiner Oma ausprobieren. Stimmt, stimmt. Wenn ihr wollt, dass wir das mit meiner Oma ausprobieren, Daumen nach oben. Ja, und schreibt uns mal in die Kommentare, was wir als nächstes für ein Spiel spielen könnten. Also da gibt es ja einige Ideen. Ich habe schon ein paar im Hinterkopf. Vielleicht ist eure besser. Schreibt es uns gerne mal rein. Und dann hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst uns gerne ein Däumchen da. Und ich möchte noch kurz Eigenwerbung betreiben. Ich werde nächste Woche Live-Videos auf meinem Kanal machen. Ich habe mir nämlich ein kleines Live-Studio eingerichtet, wo ich zocken werde, Reaktionsvideos drehen werde. Alles auf meinem Kanal zu finden, täglich. Max Müller ist schon ganz aufgeregt. Er hat sich ein ganzes Streaming-Zimmer eingerichtet und sich vorbereitet. Jetzt geht es dann los und ich bin schon so gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Er ist dann jeden Tag live. Jeden Tag gibt es ein Live-Video. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr. Entweder um 8 oder um 9 oder um 7. Ich weiß es noch nicht. Werden wir euch auf Instagram auf jeden Fall erzählen. Definitiv. Spätestens. Also ja, auf jeden Fall dort. Und eins noch zum Schluss. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt auf Ehrenbruder-Basis machen. Kostenlos hier auf den Button drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Macht es es gut. Tschüss.